Es sind Tränen der Verzweiflung. Mit ihrer Tochter können Jürgen und Elena D. nur per Skype telefonieren. Bis vor kurzem wurde Katharina von ihrem Ehemann in Dubai festgehalten. Dann konnte sie mit ihrem Sohn fliehen. Sie ruft aus einer geheimen Unterkunft in den Emiraten an. Dass es so weit kommen musste, haben wir eigentlich gar nicht geahnt. Hier wurde Katharina D. von ihrem Mann gefangen gehalten. Wir treffen sie in ihrer Fluchtwohnung. Sie berichtet von monatelangen Demütigungen. Dann hat er mich immer wieder hier so angepackt und geschüttelt und gerüttelt und gezerrt. Immer wieder gesagt, er würde mich am liebsten vom Balkon schmeißen. Irgendwann hatte ich keine Angst mehr, verletzt zu werden. Ich hatte nur Angst, den Kleinen aus der Hand geben zu müssen und dann nie wieder zu sehen. Rückblick. Ihr Ehemann Mohamed ist ein erfolgreicher Anwalt in Dubai. Dort leitet sie 2012 eine Bar im Hotel Reddison. Er hat schon gesagt, beim ersten Mal, als er mich getroffen hat, ich bin eine Prinzessin, die auf Händen getragen werden sollte. Sie verlieben sich, heiraten in Deutschland. In seiner Hochzeitsrede verspricht er, sich liebevoll um sie zu kümmern. Der war richtig ganz freundlich. Ich hatte damals noch ein ganz gutes Gefühl. Im April 2014 wird der gemeinsame Sohn Rayan in Deutschland geboren. Das perfekte Familienglück. Sie fliegen gemeinsam zurück nach Dubai. Dann der Wendepunkt. Katharina soll von nun an nach seinen Regeln leben. Mohamed nimmt ihr Pass und Bankkarte weg, verbietet Kontakte zu Freunden und Familie. Immer wieder sagt er, du bist jetzt verheiratet und du musst nur mal mit den Konsequenzen leben. Der hat mir immer wieder gesagt, ich bin weniger wert als der Dreck unter seinen Schuhen. Gedroht hat er mir vor allem, das Kind wegzunehmen. Schon vor Monaten mailen Katharinas Schwester und Mutter dem Konsulat in Dubai. Kann Mohamed das Kind festhalten? Das Konsulat berät, weist aber auch auf seinen geringen Einfluss hin. Eine sichere Ausreise mit ihrem Kind ist nicht möglich. Monate danach stößt Katharina im Internet auf die Initiative Hilfe für Deutsche im Ausland. Leiter der Initiative, der Hamburger Unternehmer John Schneider-Merck. Er handelt schnell. Zwei Tage nach Katharinas Hilferuf machen er und der Pfarrer der evangelischen Gemeinde sich auf den Weg, um ihr bei der Flucht aus der Wohnung zu helfen. Katharina schafft es unbeobachtet, das Haus zu verlassen. Die beiden Ehrenamtlichen fahren sie zu einem sicheren Ort. Katharina zeigt ihren Mann an, reicht die Scheidung ein. Später wird der Vorgericht alle Vorwürfe abstreiten. Aber er verbietet weiterhin die Ausreise des Kindes. Aus Angst geht Katharina nur sehr selten raus. Wir begleiten sie beim ersten Spaziergang am Strand. Seien es Monate, seien es Jahre. Ich will den Kleinen mit mir in Deutschland haben und dafür kämpfe ich. Der Prozess wird langwierig und teuer. Ob sie mit ihrem Sohn jemals nach Deutschland zurückkehren kann, weiß sie nicht. Ich will den Kleinen mit mir nachdem. Ich will den Kleinen mit mir. Allein meine Sohn jemals nach Berlin. Entschen und Eistos mit ihm. Die Lieblingsfüllen ist wieder in St. Eistos mit ihm. Entschen und Eistos mit ihm. Abfeldez in St. Eistos mit ihm. Abfeldez in St. Eistos mit ihm. Abfeldez in St. Eistos mit ihm. Ancoblich, Optimidades von Flucht. Vielen Dank.